Servus Leute, heute möchte ich Ihnen einmal einen Pfingstenbund vorstellen, das Seitheben. Seitheben, wie der Name schon sagt, ist die seitliche Schulter gedacht. Die Schulter teilt sich in drei Parts, die vordere, die seitliche und der hintere Part. Heute sprechen wir von dem seitlichen Part, dem Seitheben. Ihr seht, dass man die Übung mit verschiedenen Gewichten machen kann, verschiedene Variationen. Üblicherweise, wenn man hier die Kurzhantel nimmt. Ich nehme jetzt heute zum Vorführen, diese Scheiben, dieses Vorführenschüler uns besser zu erkennen. Wichtig dabei, dass ihr relativ gerade sitzt. Dass ihr euch auf die Ausführung konzentriert und guckt, wohin die Übung geht. Wichtig dabei. Vielen Dank.